Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. Im heutigen Part wird es mal wieder um die Repetierpistolen gehen, beziehungsweise, ja, nee, nein, immer noch nicht, nein, Hilfe, hier, um die Zwillingssonnen und ich habe mir doch die Mühe gemacht und habe mal ein Eisgeborenenbild zusammengestellt, wo wir halbwegs noch auf Grit gehen, wo wir trotzdem Katalysator drin haben und trotzdem noch ein starkes Bild haben. Was ich jetzt nicht versucht habe, ist ein Bild ohne Wut, das hätte man können auch noch machen, ohne Wut, das wäre vielleicht auch noch gegangen. Naja, hier haben wir auf jeden Fall das Half-Life-Bild dazu mit Eisboren, aber das geht ja gar nicht, nee, ist Quatsch, ist es Eisborenbild, passt auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, wäre noch eine andere Möglichkeit da gewesen, aber nee, meines Erachtens wirklich in keinerlei Hinsicht. Es ist das Bild, also ich würde es als eines der stärksten Eisborenbilds mit den Zwillingssonnen betrachten. Auch das letzte Bild, das ich euch vorgestellt hatte, das war ja leicht abgewandelt. Könnt ihr euch im letzten oder einen der letzten Parts angucken. Da war es halt ohne Eisboren, haut halt richtig rein, wenn man da ein bisschen geübt ist. Hier spielen wir folgendermaßen, ich muss noch ganz kurz was umändern, da ich denke, dass das die stärkste Variante ist, wie man es bauen kann. Also wir spielen mit den Zwillingssonnen mit Gerissenheit, Zell des Sprintens, machen hier unten wieder das glückliche Magazin rein. Wir haben auch ein bisschen Crit verloren, also müssen wir so auch den Crit wieder reinholen. Wir spielen mit Trax Schrei mit Katalysator und Zelle des Ingenieurs, Boreale Entschlossenheit mit Eisgeburt, Boreale Macht mit Disziplin, Borealer Marsch mit Zell der Gerissenheit, Shrikes Eifer als Laterne mit Katalysator dann wieder. Finde ich persönlich das stärkste Bild, dass man mit Katalysator, einem Crit-Bild und Eisgeboren spielen kann. Man muss ja hier ein Crit-Bild spielen, da ist man ja mit den Zwillingssonnen relativ drauf festgelegt. Ja und dann Eisboren ist fest, also Gerissenheit ist fest, Disziplin soll eigentlich fest sein. Ja und da man eh schon mit Eisboren spielt, holt man sich dann halt gerade Wut mit, ist ja klar. Also hat man kaum Möglichkeiten, da was zu verändern. Ich habe versucht, Borealer Marsch müssen wir reinholen, dass wir Eisgeburt mit reinholen. Boreale Macht müssen wir reinholen, weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt. Hier oben großartig was zu ändern. Boreale Entschlossenheit ist Pflicht. Also Boreale Entschlossenheit, Boreale Macht, das ist Pflicht. Die muss man drin haben im Bild. Und dann kann man nur noch wenig umstellen. Und dann war es für mich die beste Variante, halt hier Trax Schrei mitzunehmen, sodass man eine zusätzliche Zusatznutzenzelle hat. Und die könnt ihr belegen, sag ich mal, wie ihr wollt. So haben wir halt Katalysator wirklich 6 dann auch dabei und Zelle des Ingenieurs. Habe ich dann gedacht, ist vielleicht die stärkste Variante. Man könnte auch Leitung 3 mit reinholen oder ätherische Regulation dann mit einer anderen Laterne und so ein Quatsch. Ich finde persönlich, Ingenieur dürfte dann am besten sein. So könnt ihr in die Gruppe reinscheunen und seid definitiv ein starker Mitstreiter. So war meine Idee. Mal gucken, ob das so umgesetzt werden kann. Ich habe es eben mit einem Dead Eye Quillshot probiert. Sorry dafür, ich habe jetzt wieder einen normalen Quillshot angewählt. War einfach nur Zufall jetzt vor der Aufnahme. Und da habe ich gedacht, dass ich es mal so lasse. Ja, und Shiuwan, nee, Shiuwatwatfenfufu, keine Ahnung, der mir da gerade geschrieben hat. Ja, ich bin am Aufnehmen. So, und gucken wir uns das Ganze mal an. Wie heißt denn der Typ? Shiuwafenwu 1. Okay, alles klar. Ja, wird wahrscheinlich wieder irgendwas anderes bedeuten. Und ich habe es wieder saudämlich ausgedrückt. Möglicherweise, also das ist gut möglich. So, setzen wir direkt unseren Mast hier auf. Und dann denke ich, haben wir den größtmöglichen Damage hier am Start. Haben Iceborne mit drin. Und wenn man sich die Ticks jetzt auch anguckt, ist das schon krass. Das ist sogar stärker, glaube ich, als vom letzten Part, die Ticks. Also, die hauen hier schon ordentlich rein, die Schadenszahlen. Die sind absolut beachtlich. Wir haben Iceborne mit drin und können da abgehen. Ist absolut nice. Ja, durch den Ingenieursmast, der hier halt natürlich schön mit reinkloppt. Und jetzt wird es natürlich interessant, wenn man jetzt hier vielleicht den Damage sieht, der hier vielleicht kommt. Und, ah, absolut nice. Ja, kann man absolut so empfehlen, das Bild. Würde ich so spielen, würde ich so machen. Und hilft der Gruppe natürlich auch massiv. Hier hat man mal ein schönes Ausweichen von mir gesehen, was ganz selten ist. Ja, wunderschön, traumhaft. Und jetzt setze ich keinen neuen Mast mehr. Jetzt ist die Sache hier gleich erledigt. Ja, mit einem Dead Eye Quilt Shot oder Heroisch oder sowas. Sollte das auch absolut locker möglich sein. Ihr habt es gesehen. Ich denke, ein absolut nicees Bild. Ich habe auch erklärt, wieso, weshalb, warum. Ich was nehmen würde. Dann würde ich sagen, sind meine Pistolenwochen, was jetzt Katalysator angeht, mal vorbei. Ich werde die Pistolen auf jeden Fall mal öfter spielen. Sie machen auf jeden Fall mit Katalysator enorm viel Bock, weil Katalysator eigentlich die ganze Geschwindigkeit bringt, die man so braucht. Katalysator, Shrike und der Laden läuft. Alles andere kann man dann schön auf Damage, Eis geboren oder sonst was setzen. Jetzt mit den Pistolen generell. Ob jetzt die normalen Pistolen oder hier die Twin Suns. Ja, ich denke, das passt soweit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Wenn ihr mich schon unterstützen wollt, Creator Code Montix schaut in die Videobeschreibung und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank dafür. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau.